Ok, dann, heute ist März. Ne, März? Ja, März und 13. Ja, ich bin heute, ja nicht heute, aber ich bin heute morgens zum Fitnessstudio gefahren. Ja, das war am Samstag, letztes Samstag. Und es ist immer gut, wenn ich am Morgen schon aktiv bin. Ja, das stimmt. Denn ich konnte mittags viel Zeit haben. Nach dem Sport war ich, wie gesagt, bei der St. Patrick's Parade. Es gab zu viele Leute, die du auf dem Bild sehen kannst. Und ja, eigentlich gab es zu viele Leute und ich konnte nicht lange da sein. Es war anstrengend. Deshalb war ich gleich wieder weg und bin nach Hause zurückgefallen. Übrigens habe ich eine YouTube-Seite angefangen, meine deutsche Aussprache zu verbessern. Ich hoffe so. Ich hoffe, dass das geht oder dass das passt. Ja, ich weiß nicht, ob ich jeden Tag ein Video hochrate, aber ich tue mein Bestes. Ja, ich tue mein Bestes. Es ist wichtig, dass man bei den Sachen dabei bleibt. Ja, ich tue meine Bestes. Es ist wichtig, dass ich mich so auf einen Moment bin. Ich zeige mir sagen, dass ich mich noch für eine Ausgaben mache. Heute habe ich mich noch für Tein. Ich führe mich nur an Läger Uhr an. Ich bin ein paar Leibfische Fahrten. Die Ausgaben wollen wir uns seitdem. Ich fühle mich nur an Läger und Läger und Läger. Ich freue mich nicht wenn wir uns seitdem. und schon mal wieder zurückgebracht. Ich habe schon 5 Minuten nach Hause gekommen bin. Und dann ist es einfach so lange, die ich in der Zeit habe, es hat so viel Zeit. Die Zeit war einfach so lange. Ich habe ein paar Jahre aufpasste. Aber ich habe auf YouTube überrascht. Ich habe hier etwas überrascht. Ich habe das erste Mal geförtert. Ich habe das erste Mal, wenn ich den Video mache. Das ist nicht so wichtig, dass es nicht so viele Dinge gibt. Das ist dann noch ein Jahr später in den letzten Jahren. Es ist dann noch alles gut, wenn ich meine Zeit mache. Ich habe die Zeit dieses Mal geschrieben, dass ich das erste Mal mit dem Video aufhören möchte, und ich habe das erste Mal mitzuhören. und zwar nur noch ein bisschen von Ongel-Dokon, das ist ein paar Jahre lang, und zwar ein paar Jahre lang, und zwar ein paar Jahre lang, oder das war ein paar Jahre lang. Aber dann ist das ein paar Jahre lang. Das ist das erste Mal, weil es jetzt noch zu früh ist, wenn ich heute einmal ein paar Jahre lang, Vielen Dank.